Oh mein Gott, das war Ninja! Hier geht der liebe Falke6440 im Video Fortnite-Challenge macht Tilt Towers den Erdboden gleich auf die ersten 4 Minuten ein, wo ich lange auf eure Grüße eingegangen bin. Also habe ich mir was Neues überlegt, um euch allen einigermaßen entgegenzukommen, werde ich meine Grüße unten im Video einblenden. Und hin und wieder werde ich ausgefallene Grüße finden. Einer dieser Grüße geht an einem sehr guten YouTuber und Fortnite-Freund. Sein Kanal heißt FlashTV. Er schreibt, kannst du mich grüßen? Ich bin Amir, lol. So, zurück zur Challenge. Ich werde heute mit dem lieben Felix versuchen, eine Partner-Challenge zu erfüllen. Die Challenge heißt nur Automaten-Challenge. Wie der Titel schon erahnen lässt, dürfen wir nur Waffen aus dem Automaten verwenden. Es wird richtig spannend, bleibt dran, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Nein! Yes! Nein, ich habe gerade wen geschlagen und erbordet. Du möchtest, hallo! Los! Wir müssen da hin, wo ich markiert habe, weil da meistens ein Automat ist. Wenn nicht, sind wir am Arsch. Okay, da gibt es eine blaue AR, Impulsgranate, Impulsgranate. Toll! Oh Gott, ey! Ich glaube, diese Mission beginnt zu verhängen. Also, ich kann mir gleich eine blaue AR holen. Juhu! Ich kann mir eine AR holen. Supi! Alter, wie wir hier einfach die Bäume fällen. Blaue AR ist meine... Warte, ich gebe dir mein restliches Holz. Juhu, ich habe eine blaue AR. Ich gehe ein bisschen Holz fahren. Du machst einfach die Bäume kaputt und machst uns auffällig. Hast du auch eine blaue AR? Ja. Jetzt habe ich meine kaputt. Soll ich mir lieber zwei ARs holen? Nein! Wegen der Munition. Nein, wir sparen einfach. Wir sparen. Das ist mein Baum. Aber lass den Baum mal bitte so auf 50 leben. Nein, das ist mein Baum. Nein! Das ist gut. Haha, gerade noch. Felix! Ich brauche es nicht. Ich wusste es einfach. Nein, das ist die neue Wache. Ich habe sie genommen. Ich nehme sie einfach mit. Nein, nehme sie nicht mit. Alter. Nein, ich will die vergraben. Nein. Oh. Autos. Was ist? Sie wissen, wo wir sind. Wo sind die denn? Oh! Die wissen wirklich, wo wir sind. Ach was. Hätte ich nicht gedacht. Aber okay. Soll ich nicht pushen gehen? Spare die Mutti, Alter. Spare. Er snack, glaube ich. Lol. Ich habe keine Munition. Wir gehen. Tschüss. Bye. Have a good time. Ich hasse diese Bomben. Oh! Oh mein Gott, jetzt kommen sie mit im Auto. Jetzt kommen sie mit im Auto. Jetzt kommen sie mit im Auto. Einer ist im Busch. Einer ist im Busch. Einer ist im Busch. Der rechte ist der rechte. Der linke ist der linke. Fertig. Ich baue hoch. 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 Das meinte ich. Guck mal. Das ist absichtlich. Und versteck dich jetzt. Ich verstehe mich vor allem. Das ist... Oh scheiße. Shit. Nein. Ah. Das war krass. Ah, sie sind am Arsch. Warte. Der eine kommt mit im Auto. Oh Gott. Daraus wird nicht. Nein. Oh Mann. Wir haben aber auch nur eine blaue AR. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Richtiger Hitz. Vorsichtig. Hinter dir. Hinter dir. Nein. Schade. Schade. Was soll man nur mit einer blauen AR? Ja. Nur wenige Minuten später. Okay. Wo gehen wir hin? Play and parken. Nee, da geht bestimmt die meisten. Lass zu Tomato Town. Äh. Und dann hier hin. Also hier zum Automaten. Gucken, was es da gibt. Worum zu Tomato? Wir können doch erst da hin. Ja, da gibt es immer einen Automaten. Na, Tomato? Wo? Da. Aber nicht da. Das nützt uns nichts. Da können welche kommen, Alter. Ja, gut. Da müssen wir aber als erstes da hin. Das rote ist. Das rote Markenscheichen. Warum sind wir überhaupt so früh rausgesprungen? Das gibt gar keinen Sinn. Weil wir dann dann sinnlos sind, Alter. Ja, das glaube ich auch, dass wir sinnlos sind. Ach so, ja. Ach so, ja. Ach so, ja. Ja, kann sein. Irgendwie. Kann sein. Oh, ich weiß das kann sein. Ha, tschüss. Kann sein. Geh weg. Es gibt keine Automaten. Okay, wir sind tot. Nein. Dann müssen wir bauen. Das ist zu sichern. Ich, äh, der Speer ist gleich wieder da. Okay, der Speer geht nach oben. Oh, Munition. Dankeschön. Mitnehmen oder nicht mitnehmen. Darf ich nicht. Der Speer geht die Treppe hoch. Oh, ja, da ist ein lilaner Automat. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele Sachen. Alles klar. Ich geh mal gucken, was es da so gibt. Jetzt einfach nur so Raketenwerfer, dann lief ich wirklich. Nein, grüne Pumpgun. Nein. Ich nehme sie nicht mit, ich nehme nur die Munition mit. Ich hoffe. Alles okay. Alles okay. Da gibt es eine taktische Maschinenpistole. Äh, nicht taktische Maschinenpistole. Ja, die saß aber. Eine schallgedämpfte Pistole. 400 Holz. Cool. Hol ich mir. Sammle du mal weiter da hinten Holz, weil du hast da ja einen Wald. Nee, hab ich nicht. Aber wenigstens eine Waffe, Felix. Du? Man darf kein Waffe, nur aus dem Automat. Oh, ich weiß. Da habe ich doch gesagt, eine lilaner. Da gibt es eine schallgedämpfte Maschine. Nee, da gibt es eine schallgedämpfte Pistole. Geil, süßer, aber besser als Daniel. Oh, Matt Kill, cool. Matt Kill, Matt Kill, das nehme ich mit. Nee, gerade nicht. Was wir da tun. So, dürfen wir Granaten mitnehmen? Weil ich glaube, die kann nicht ausmachen. Dürfen wir Fallen mitnehmen? Nein. Darf man? Doch, darf man mitnehmen? Darf man? Okay. Banaten darf man mitnehmen? Nein, die nicht. Die gehören ja zu Waffen. Ach, was? Ja. Wie kannst du nicht glauben, wie viel diese Scheiße kostet, Alter? Oh, ich frage mir gar nicht. Ich frage mir gar nicht. Wieso gibt es einen guten Loot in Tomato Town? Ach, zu uns gehst du, je. Nein, oh Mann, ich brauche die doch. Da war also nichts mehr für uns drin. Da war kein Minus. Oh Mann, hier eine Steifer. Boah. Let's mich in Ruhe kacken. Mein Baum. Mein Baum. Mein Baum. Mein Baum. Mein Baum. 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 Nein. Darf man alle mitnehmen schießen? Nein, darf man nicht. Ach, Mann. Das darf gar nicht so mitnehmen. Kennst du noch dein altes Visio? Mein allererstes? Ein allererstes Fortnite-Video. Ja. Du warst ja der Beste. Nein, hier ist einer bei mir. Nein, der will mich töten. Der tötet mich schon. Der tötet mich schon. Der tötet mich schon. Nein. 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 Hallo. Können sie mich in Ruhe lassen, verdammte Scheiße. Nein, ich bin eine Granate. Ich bin heiß wie eine Granate. Kann aber nichts machen. Ich hatte keine Waffe. Nur wenige Minuten später. Also das ist jetzt die letzte Runde, Felix, ne? Ich bin ein Fisch. 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 Fische sind gesund. Fische sind gesund. Utz. Utz. Fische sind gesund. Oh. Ja. Das ist mein Lieblingstanz geworden, bei der am Ende ein Herzkopf kommt. Wutka. 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 Ich bin schon rausgesprungen. Ich bin so eine Whaley Woods Springer. Frau, wir haben jetzt Glück. Geh du schon mal da hinten hin. Ich guck mal da, wo vorhin dieser Automat war. Ja, da ist halt der Automat. Ein grüner. Und da ist auch ein Automat. Lila ist auch schon mal. Geil. Lila, na? Was ist? Das ist Gold. Achso, ne ist Lila. Bei mir war das gerade Gold. Warte, guck mal. Ich... Nein, ich wollte fliegen. Nein. Heavy, Heavy, Heavy. Heavy meine Heavy. Ich brauche Heavy. Ich brauche meine Heavy. Ich brauche die Heavy. Ich brauche die Heavy. 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 Wir kommen. Aber wir brauchen auch den Rocket Launcher. Gibt es auch Rockets? Ja. 400 Steine, 400 Holz. Äh, 400 Steine. 200. 400. Warte, ich farme für den Rocket und du farmst, äh, 800 für die Farmers. Warte. Nicht für die Farmers. Warte, ich gebe dir hier mein Holz. Ich... Und du läufst dann hier halt eben rum. Du darfst nur nicht in die Stadt, Tomato Town, ne? Ich glaube, ich halte das genug. Na, du musst auch was für mich holen. Achso. Weil dann nichts mehr. Wir brauchen beide eine Heavy. Ich habe schon mal den Heavy ausgeben. Mach das. Dann sind wir schon mal wenig. So. Na, ich... Guck mal nach Stein. Ja, heute. Hast du die Heavy? Ja. Wie sie heute hast du? So. Warte noch mehr Holz. Nein. Oh, ich bin so doof. Ich bin doof wie Toastbrot. Ah, alles klar. Oh, noch mehr Holz. Wir gehen da drüben hin. Hast du genug? Mach das. Nee, noch nicht. Ich habe erst 200. Was? Ja, sorry. Äh, das ist hier nicht schneller. Ich glaube, bei mir sind welche. Ich habe aber keine Ahnung. Das hat sich etwas voll so angehört. Gesundheit. Danke. Der Baum aller Bäume. Wir bekommen einen Krakenwerfer und einen Heavy, okay? Genau. Kannst du mir die Heavy bringen mit der Munition. Ach was? Muss mir dann eine, muss mir einfach nur die Hälfte dann gehen. Ich habe gleich 400. Okay, ich habe 400. Atem,атem. Ach du Scheiße. Ich hole mir jetzt erst mal einen Rocket, ne? Ich habe sieben. 700? Was? Nein, bei mir sind welche. Nein, nein, oh toll. Ich habe aber gesagt, was bei mir welche sind. Nein, alles umsonst. Jetzt überlebe ich. Wie waren da? die wandel auf den weg hierhin rechne mich bitte nicht erst mal ein spaß felix warum nichts wie herr wie jetzt kommt einfach mehr von hinten und nimmt die die wir haben nicht getötet oder direkt unter dem jetzt Da hast du gewinnt. Nein! Aua, schade. Und tot. Nein, hat ihn meine. Wir sind auch nicht geschafft. Wir haben einen Löffel dicker. Es ist nur traurig, da war es nicht geschafft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zu lange Bäume abfällen. Traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Egal. So, das war es mal wieder mit einer Challenge. Von mir. Und diesem lieben Felix. Was Felix eigentlich immer mit unseren Videos zu tun hat. Keine Ahnung. Der kommt irgendwie immer. Und ist einfach da. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht dann einen Like da. Ja, genau. Ich bin sehr traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Ich will mich dann einfach nur noch verabschieden. Und tschüss. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Oh. 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 Oh.